Hallo Leute, heute passen wir ein Pauschpaket aus. Dieses Paket wurde von Tupkunst erstellt. Und Tupkunst hat natürlich auch ein Paket von mir bekommen. Das macht er auf TikTok auf. Und falls ihr wissen wollt, was ich ihm verschenkt habe, schaut mal bei ihm vorbei. Ich verlinke ihn in der Videobeschreibung. Jetzt machen wir das. So, jetzt machen wir das auf. Oh mein Gott, bin so... Oha. Die sind... Wir fangen direkt an. Also, die Nummer 1 war mein 1 Euro Geschenk. Jetzt muss ich Nummer 1 suchen. Schade. Verdammt, was ist Nummer 1? So Leute, ich habe Nummer 1 gefunden. Oh mein Gott. Oh, ist so süß. Geil. Nummer 2. Mein Lieblingstee. Hier haben wir Nummer 2. Kerstbanane. Habe ich noch nie in meinem Leben probiert. Hm, bin gespannt. Lass uns weitermachen. So, Nummer 3. Etwas zum Naschen. Nummer 3 habe ich irgendwo hier. Moment, hier. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das die Nummer 3? Ja. Oh. Pepper. Willst du auch probieren? Jawohl. Ich glaube, es sind so Kargummis oder... Kornbomben. Hm. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Oh mein Gott. Ich freue mich schon. So, lass uns weitermachen. Mit Nummer 5. Für die kreativen Künstler. Irgendwas... Irgendwas für die Künstler. Mal schauen. Okay. Lass uns das aufmachen. Oh mein Gott. Bastelset. Nummer 6. Äh, mein Lieblingsgetränk. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Aha. Habe ich noch nie probiert. Oh, ich kenne das. Schmeckt. Ja? Schmeckt gut. Sollen wir gleich ausprobieren? Ja. Das habe ich aber... Arizona schmeckt richtig. Irgendwas mit dem Buchstaben G. Aussuchen. Äh, das ist die Nummer 7. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Oh, ich liebe... Oh mein Gott. Ich liebe Kuschel. Ich liebe Kuschel. Zeig mal. So, Nummer 8. Genau. Für Nummer 8 haben wir folgendes überlegt. Mach aus. So, Nummer 8. Kannst du haben? Brauche ich nicht. Mal schauen, was Tupfer nicht braucht. Also Leute, ich finde die Nummer 8 nicht. Ich glaube, er hat es einfach vergessen. Ich habe zwei Sachen und auf beide Sachen steht Nummer 10 drauf. Okay, ich glaube, das ist die Nummer 8. Und... Habe ich... Habe ich... Hau! 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 So, die Nummer 9. Meine Lieblingsfarbe. So, das machen wir gleich drauf. Glaub mir, dass ich das immer gewünscht habe. Und die Nummer 10. Und die Nummer 10. Ist... Ah! Äh... Etwas Selbstgemachtes. Oh mein Gott! Hast du das wirklich selber gemacht? So gut! Ah, ich bin wirklich glücklich und zufrieden. Okay, Leute. Ähm... Das war's für heute. Wenn ihr kein Video verpassen wollt von meiner Schwester, dann drückt auf das Abo-Button und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr ein Like da lassen würdet, würde es uns sehr, sehr freuen. Wirklich. Tschüss, Leute! Bis zum nächsten Mal.